heute habe ich eine blister am start also das video wird nicht allzu lange gehen aber ich habe den blister von frankie de jong ein sehr gefragter junger spieler von ajax amsterdam 4,90 euro kostet dieser blister hier ich bin hashtag blister süchtig leute und wer noch hashtag blister süchtig ist schreibt jetzt unten in die kommentare hashtag blister süchtig ich schneide ihn hier direkt auf und mal gucken ob wir ja das packlack haben und vielleicht sogar eine rare karte ziehen weil in den blistern da hatte ich eigentlich bis dato immer gut packlack in den multipacks nicht so aber die blister die haben eigentlich fast jedes mal gegönnt mit einer schönen top mastercard oder so hier haben wir die limmi und das besondere und das geile an den blistern ist auch man hat keinen kleber leute man hat hier keinen kleber an der limmi ja und deswegen bin ich natürlich blister süchtig und blister besser als multipack aber nur aus diesem grund obwohl nicht nur aus diesem grund ich finde auch blister so schön klein kompakt eingepackt einfach cooler als solche multipacks natürlich auch aus dem grund weil bei den multipacks gibt es den hashtag ppk den hashtag panini panzer kleber ich schnack nicht so lange rum wir haben fünf booster heute am start und reißen den ärzten auf und mal gucken was wir hier bekommen mal schauen mal schauen was man am start haben ja und wir starten mit kirin tierney aus schottland als rising star lukas jalecki stefan de vry augustinsson jura kutschka und michael lustig aus schweden sommer in schweden sommer in schweden zweites pack zweites pack es ist eine halbtransferente und ich habe gedacht ronaldo also nicht ronaldo als transparente aber ronaldo als base karte hätte ich gedacht habe ich da gerade gesehen aber es war doch nicht ronaldo robbie brady dann haben wir hier norwegen mannschaftsfoto mit dem hertana rüne jahrstein in der mitte hier als torhüter natürlich zack zack zweite power karte nordweit die ruhe ben davis und ricardo rodriguez aus der schweiz dritte speck marcus berg grani chaka keyplayer dries mertens emil forstberg chiritis und jettri jack was kommt jetzt hier leute was kommt jetzt hier es ist eine power karte ein defender und es ist fans favorite was die ließ torresides aus griechenland patrick schick erlaubte laurie manuel neuer nico elvedi und wo ich jetzt nie letzte speckle die letzte möglichkeit für eine schöne geile wer top master karte und es ist eine blaue karte somit ist es kein top master es ist wer im sterling aber noch mal eine coole power karte am ende des videos hier rame sterling elunussi luca modrits josef boulsen marine und peacock farewell aus nordöland das war es mit dem frankie de jörg blister leute und das war es mit dem unboxing wenn ihr euch gefahren lasst ein leite lasst ein abo da double time am start am ende des videos haut rein schütt den kopf hier und da